Neues aus der Praxisklinik, Herr Scheele berichtet, es habe konstruktive Gespräche mit der Behörde gegeben. Die Verhandlungen sind immer noch nicht beendet. Es werden aus dieser einen Klinik zwei gemacht. Es sind noch keine Verträge unterschrieben. Herr Dr. Fass berichtet, die Praxisklinik bedankt sich für die positive Entwicklung. Die Saga GWG möchte den Standort nach der Modernisierung erhalten. Vielen Dank.